Weißt du eigentlich, ob du einen Seelenpartner hast, eine Dualseele oder sogar einen karmischen Partner? Das sind ganz wichtige Dinge, die man wissen sollte, denn dann versteht man das eigene Leben besser und vielleicht auch die Lernaufgabe, die man dabei hat. Und das möchte ich gerne heute mit euch mal durchgehen. Ich werde dir auch von mir ein paar Dinge erzählen, wie es mir so ging mit den Partnern. Und vor allen Dingen werden wir auch am Schluss des Videos eine hochenergetische Meditation oder ein Channeling machen. Kommt jetzt darauf an, was die geistige Welt mir gibt am Schluss für euch, was passend zu dieser Sendung ist und euch natürlich unterstützen soll. Ich fange mal an mit dem karmischen Partner, weil das ist ja schon etwas heavy, was da einem auf einen zukommt und was man da alles zu lösen hat. Also vorneweg gesagt, Dualseelen können entweder Seelenpartner oder auch karmische Partner sein. Und wir können auch mehrere davon haben. Also das heißt jetzt nicht, dass wir nur einen einzigen hätten und den dann in diesem Leben finden müssen. Nee, das ist nicht so. Also es gibt tatsächlich mehrere. Und es kann dir auch in einem Leben passieren, dass du mehrere triffst. Es ist so, dass sich die karmischen Partner, die ziehen sich auf eine eigenartige Weise richtig intensiv an. Man kann es nicht erklären. Du hast so einen Drang und möchtest einfach bei den Menschen sein, du möchtest ihn bei dir haben, möchtest ihn lieben, verstehen und kannst es nicht erklären. Das überkommt dich einfach und bringt dich auch aus dem Häuschen dieser Partner oder dieser Mensch, wenn es noch kein Partner ist, geht er auch nicht mehr aus dem Kopf und du versuchst alles, um mit ihm zusammenzukommen. Oft ist es so, dass es ein Hin und Her ist, dass man überhaupt nicht zusammenkommt. Denn wenn der eine will, will der andere nicht, dann zieht er sich zurück. Und dieses Hin und Her kann ganz schön anstrengend sein, besonders wenn man darauf wartet und sich das so sehr wünscht und es dann einfach nie klappt oder fast nie klappt oder wenn es mal geklappt hat, dann auch nur für eine kurze Zeit hält, weil dann der andere sich wieder zurückzieht. Das ist so ein Merkmal, dass es ein karmischer Partner ist und dass ihr da eine große Lernaufgabe habt, beide, und dass man die, wenn man es schafft, wenn man die löst, dann ist der Weg frei für den Seelenpartner der Liebe, der dann leichter zu dir kommen kann. Also wie gesagt, dieses ständige Hin und Her, was jetzt bei einem karmischen Partner ist, hat natürlich auch seinen Grund, denn darin besteht die Lernaufgabe. Die karmische Arbeit, die durch diesen Partner entsteht, ist es eine Arbeit an sich selbst. Wenn du zum Beispiel früher in einem anderen Leben, also wir arbeiten mit einem karmischen Partner sowieso immer die Dinge auf, die in einem früheren Leben geschehen sind und die waren meistens dann nicht so schön oder sehr belastend oder auch sehr schwierig und die gilt es dann in diesem Leben aufzuarbeiten und praktisch die Fehler von früher einfach wieder gut zu machen. Und wenn man das schafft, dann kommt so ein Gleichgewicht in die Beziehung, dann kommt da so ein schönes Gefühl der Liebe. Und oft ist es auch so, dass sich dann diese karmischen Partnerschaften trennen, weil ja die Lernaufgabe erfüllt ist. Und danach kommt dann der Seelenpartner. Ich muss euch gerade mal was erzählen. Und zwar, wie ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe, das war unglaublich. Ich saß also in einer Bar und habe mich mit meinen Freunden dort getroffen und wir kamen da so ein, zweimal die Woche hin. Und einmal an einem Tag habe ich so in den Raum geschaut, wo also die Tische standen und mehrere Leute saßen und da saß ein Mann. Und dieser Mann, der hat mich so was von angezogen. Also genau das, was ich vorhin beschrieben habe, ich konnte mich überhaupt nicht zurückhalten. Ich war so was von wie ein Magnet und bin dann zu diesem Mann hingegangen. Ich habe den noch nie vorher in meinem Leben gesehen. Das war, ich war einfach in einer Energie, wo ich gar nichts anderes machen konnte. Ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, du bist der Mann meines Lebens. Und der hat mich erst mal angeguckt und war natürlich total erstaunt. Und ich bin dann schnell weggerannt. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, oh Gott, was hast du nur gemacht? Um Gottes Willen, also hier, du bist ja total verrückt. Also ich bin dann auch gleich aus dem Lokal nach Hause gegangen und habe mich wochenlang versteckt, weil ich eben mich geschämt habe. Und ich habe gedacht, was hast du denn da wieder dir getraut? Das kann doch nicht wahr sein. Aber diese Anziehung, die war so stark, dass ich überhaupt nicht widerstehen konnte. Ich musste das tun. Und er hat mich überall gesucht. Also da seht ihr dieses Hin und Her. Ich habe mich zurückgezogen, weil ich mich geschämt habe über diese Dreisheit. Und er hat dann gedacht, was ist das für eine Frau? Wo ist die? Und hat mich überall gesucht. Dann hat er mich tatsächlich einmal gefunden in der Diskothek. Und da habe ich auch den ersten Kuss von ihm bekommen. Und danach habe ich mich wieder versteckt. Also total ein Hin und Her. Und das ging also so eine Weile hin und her, bis wir dann tatsächlich zusammenkamen und diese Liebe dann gelebt haben. Also vielleicht findet ihr euch in diesen Dingen auch wieder, was die Liebe mit uns macht und was diese Dualseele praktisch alles in dir bewirken kann, wenn man sie dann trifft und wenn man dann auch zusammen ist. Also die Dualseelen, die versprechen sich ja sowieso, dass sie sich wieder sehen in dem Leben und die werden sich dann auch treffen. Das ist eigentlich unglaublich, weil dieser Mann, der kam aus Frankreich in meine kleine Stadt und das war so eine Seelenverabredung, dass man sich dort treffen konnte. Und ich hatte in dem Moment, als ich ihn sah, diese starke Anziehungskraft, ich musste zu ihm hin und sowas. Das geschieht ja nicht von allein. Es gibt ja diese Zufälle nicht. Und mich schauert es am ganzen Körper, wenn ich euch das jetzt so erzähle, weil mir diese Tragweite da so sehr bewusst wird. Wir hatten eine sehr große Lernaufgabe zusammen. Und das hatten wir uns versprochen. Und so sind wir praktisch zusammengekommen. Also er ist über die Länder gereist, hat einen riesengroßen Weg zurückgelegt. Und ich war dann in diesem Moment, an dem einen Tag, an dem einen Abend, in diesem Lokal, wo er auch war. Oder man kann auch sagen, er war auch an diesem einen Tag, an diesem Abend in dem Lokal, wo ich da war. Und das ist so ungeheuerlich, was uns die Weite des Universums zeigt, was uns zeigt, was Seelenversprechungen sind und wie sie tatsächlich dann auch geschehen. Also es ist unglaublich. Und wir haben natürlich dann auch, also für mich ist dieser Partner meine Dualseele gewesen mit dem karmischen Auftrag von uns beiden, das zu lösen. Und das war also nicht einfach, diese Beziehung. Sie war am Anfang richtig, richtig schön. Das war richtig klasse. Und dann ist es immer schwieriger geworden. Ich habe euch ja in einem anderen Video von meinem Sohn erzählt. Das war unser erstes Kind. Und er ist da dran, er konnte das nicht verarbeiten mit dem Sohn und ist dann auch Alkoholiker geworden. Einfach, weil er das alles nicht verkraftet hat. Und das ist so eine karmische Aufgabe für ihn. Wo ich mich als Seele bereit erklärt habe und auch mein Sohn, ihm das zu lehren oder ja, die Möglichkeit zu geben, in so einer Lebenssituation zurechtzukommen. Und das heißt für ihn, er hat es nicht geschafft. Er hat es leider nicht geschafft. Er ist jetzt auch schon gestorben und kann eigentlich auch gar nicht mehr das jetzt auflösen. Ja, so ist halt das Leben. So total verrückt. Und was soll ich sagen? Es ist halt so gekommen. Und das sind einfach die Lernaufgaben. Ich hoffe, dass ich sie für mich gelöst habe. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, aber ich denke schon. Weil ja die Aufgabe für mich war ja, die Liebe zu spüren, zu leben und auszubreiten. Das war ja die Aufgabe von meinem Sohn. Und ich denke, dass ich das ganz gut hinkriege. Ich hoffe sehr. Ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ja, jetzt bin ich echt gespannt, wie das wohl weitergeht, wie die nächsten Inkarnationen dann sind. Man kann sich ja dann nur in der Rückführung vielleicht daran erinnern, wie jetzt das Leben vorher war und dann so seine Schlüsse daraus ziehen und einfach da dann in die Heilung gehen. Jetzt bekommen wir ja ab 30. März diese zehn Portaltage, die hintereinander fließen. Und da gibt es ja die Möglichkeit der ganz, ganz großen Heilung. Und da werde ich natürlich auch noch ein richtiges tolles Video für euch dazu machen. Bloß jetzt einfach mal geht es mir darum, um euch bewusst zu machen, dass dieser Wunsch, den Seelenpartner zu begegnen, dass der eine ganz schöne, große Tragweite hat. Denn man hat eine gemeinsame Aufgabe. Man hat sich da verabredet. Und es ist wirklich nicht einfach, das dann in diesem Leben hier auf der Erde, auf unserem Schulungsplanet, zu durchleben. Also das ist einfach so, dass man Dinge aus früheren Leben aufarbeitet und nochmal in die gleiche Situation kommt, wie das in einem früheren Leben war, wenn die noch nicht gelöst war. Und das dann so lange durchlebt, so lange in vielleicht späteren Leben auch noch durchlebt, wenn man es nicht schafft, das aufzulösen. Und das ist natürlich schwierig. Was es auch noch gibt, ich muss gerade mal meine Haare ein bisschen wegmachen, dass die da nicht so am Mikrofon vielleicht stören. Was auch noch ein Punkt ist, ein karmischer Partner muss nicht unbedingt dein Partner sein, also in der Liebesbeziehung sein, sondern es können auch Menschen sein, zu denen du gar keinen so großen Kontakt hast. Es könnte zum Beispiel auch der Nachbar sein, über den du dich vielleicht ständig aufregst. Ja, oder das kann sein. Wir wohnten ja früher in einem anderen Haus und da war an meinem Schlafzimmer angrenzend, war die Küche von dem anderen Haus und in dem anderen Haus war eine Studenten-WG. Und ihr könnt euch schon vorstellen, die haben ja wirklich sehr oft Partys gefeiert und da ging das schon bis drei, vier, fünf Uhr morgens heiß her. Und da könntest du sagen, oh wow, das waren neun Studenten, also neun karmische Partner, die einfach da dich prüfen, wie du mit der Situation zurechtkommst, wenn eben da ständig nachts großer Krach ist. Und also ist nur so ein Beispiel jetzt, es müssen nicht unbedingt die karmischen Partner sein, aber wenn es einen Menschen in deinem Leben gibt, der dich ständig ärgert, ja, und dann kann es sein, dass es ein karmischer Auftrag ist, wo dieser Konflikt gelöst werden sollte. Es könnte auch ein Mobbing sein. Ein Mobbing kommt ja auch durch einen Menschen, der dir ermöglicht, diese Erfahrung des Mobbings zu machen. Und das kann ein karmischer Auftrag sein. Das ist, du bist dann so lange mit diesen Menschen konfrontiert, bis das Mobbing sich dann auflöst. Du entweder weggehst oder, meistens geht man ja weg in so einem Fall, und dann aber, es ist erst aufgelöst, wenn dann kein neues Mobbing entsteht. Das sollte man wissen. Ja, und es könnten auch Lehrer sein, Vorgesetzte sein im Berufsleben. Also es gibt viele Möglichkeiten, jetzt karmische Partner zu treffen, die jetzt nicht unbedingt mit denen du verheiratet bist oder mit denen du lebst. Aber der Unterschied ist praktisch zur Dualseele, dass dich die Dualseele total und heiß und innig liebt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn diese Dualseele dann nur so bei dir ist, einfach um die Liebe zu leben und keine karmische Verpflichtung mehr hat, das ist das Ideale. Das ist einfach wunderschön. Und da wir ja auf unserem Schulungsplaneten Erde leben, kommt das gar nicht so oft vor, weil wir ja alle ganz große Aufgaben haben und die durchleben für unsere Seele. Ich denke, der eine oder andere konnte jetzt bestimmt was für sich dadurch lernen. Und wenn ihr spürt, dass ihr einen karmischen Seelenpartner habt, dann versucht, diese Konflikte, die sich zeigen, aufzulösen. Versucht sie in die Liebe zu bringen, in das Gleichgewicht, sodass ihr in Harmonie seid. Betrachtet immer das Höhere, was über diesen karmischen Problem steht, denn es ist die Liebe, das ist die Auflösung durch die Liebe. Und wenn man schon einen Partner hat, und ich weiß, es ist schwierig, es gibt Situationen, zuerst ist man so total verliebt. Also bei mir war das ja so, ich bin total verliebt und es war das Allerschönste überhaupt. Und auf einmal ging das nicht mehr, auf einmal ist diese Liebe nicht mehr da. Und gerade das sind die Punkte, ich wusste das ja damals auch noch nicht, sonst hätte man vielleicht noch mal anders probiert, das aufzuarbeiten. Also das Leben ist nicht einfach, wenn man es sich schwer macht. Ja, also ja, Witz beiseite. Ihr wisst genau, was ich meine. Es ist einfach, ja. Wir haben stets alle Möglichkeiten an der Hand, wir sollten sie nur nutzen. Und wenn ihr praktisch alleine seid und dass da nicht niemand habt, der euch hilft, es gibt bei mir auch auf der Webseite eine karmische Partnerberatung aufgrund der Numerologie. Und dort kann man genau sehen, was beide Partner füreinander, ob die füreinander bestimmt sind, welche Aufgaben sie haben, welche Schwierigkeiten es gibt. Da bekommt man so einen Eindruck, ob es überhaupt einen Sinn macht, ob ihr füreinander bestimmt seid und ob die Beziehung eine Zukunft hat, sozusagen. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt wollen wir auch mal so ein bisschen noch in die heilende Energie gehen. Ich bin gespannt, was kommt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ihr wisst ja, wie das ist mit dem Channeln. Ich weiß vorher nie, was kommt. Und ich begebe mich einfach vertrauensvoll in die Hände der geistigen Welt und ich weiß, dass alles, was kommt, richtig und gut sein wird. Und so wünsche ich euch ganz viel Freude dabei. Und jetzt wollen wir mal gucken. Smarana. Bisschen für euch. Und ich habe hier die neue Kundalini-Essenz mal. Die ist sowas von stark und die bringt ja uns auch ins Erwachen. Aber die nehme ich jetzt nicht, weil ich möchte, ich möchte jetzt nicht in die Kundalini-Energie gehen, sondern eigentlich nochmal die 9 und 9, um tief in die Energie reinzukommen und um dann auch vollkommen für euch da zu sein. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle, für jeden Menschen, für jeden Zuschauer. Und ich bitte auch um die Energie des Schutzes für meinen Kanal, sodass nur die reinste göttliche Liebe durchfließen kann und sie dich ganz tief in deinem Herzen berühren möge. Und so öffnet sich ein riesengroßes Feld der Liebe. Und ich öffne meinen Kanal und bin jetzt bereit, um für dich die Botschaften in der geistigen Welt zu überbringen. Wir sind die Engel der Liebe. Die Engel der Liebe und des Lichtes betreten diesen Raum voller Freude. Denn wir möchten gerne in diesem Moment für dich wirken. Und so fließt die größte Liebe aus dem Universum jetzt direkt zu dir. Geliebtes Menschenkind, atme diese Liebe ein und dehne dich mit dieser Liebe aus, denn sie wird deine Aura, dein Energiefeld reinigen und in die höhere Schwingung bringen, welches dir ermöglicht, uns tiefer zu fühlen. Und so möchten wir jetzt für dich das Feld eröffnen, in welchem du erkennen wirst, was du einst mit einer Seele zusammen besprochen hast. Du wirst in die Situation, in die Energie eintauchen dürfen, um zu erkennen, was dein jetziger Partner für dich bedeutet. Ob du eine große Aufgabe mit ihm zu bewältigen hast. Ob du eine große Aufgabe der Liebe und des Lichtes auf der Erde vollziehen solltest und ob du eventuell Karma mit ihm auflösen kannst. Das ist Schritt 1 und so laden wir dich ein, in diese Energie einzutauchen. Öffne dich und lasse zu, dass wir dich berühren, dass wir jetzt deine Seele öffnen. um dir zu zeigen, was für dich wichtig ist. Die Energie fließt zu dir und alles, was du jetzt wahrnimmst, jedes Bild, jede Vision, jedes Gefühl, all das ist. Lasse zu, sei neugierig wie ein Kind und erwarte nichts. das ist. Die Engel singen für dich, die Engel singen für dich. Denn wir lieben dich, wir sind bei dir, wir führen dich. Und so lasse diese große Liebe zu, denn sie öffnet deine Visionen, deinen Blick für das, was wichtig ist. spüre, wie deine Hände vibrieren, wie du diese Liebe jetzt in deinen Händen fühlst. Denn nun führen wir dich im zweiten Schritt in das Feld, wo deine Seelenpartner, deine Dualseelen und auch deine karmischen Partner auf dich warten. trete ein in dieses Feld, denn dort ist es möglich, die Verabredung zu erkennen, den Menschen zu erkennen, der dir bald begegnen wird. Und so verbinde dich mit dieser Energie, mit deinem ganzen Sein. Lasse dich so tief fallen, wie du kannst. Und lasse dich tragen von den Wellen der Liebe der Zeit, denn alles geschieht in Liebe. Und so wird deine Seele berührt. Lass es zu, denn nun wird sie sich öffnen und deine Dualseele, dein Seelenpartner wird dies fühlen. Er wird genau diese eine wundervolle, starke Liebe fühlen. Und er wird auch fühlen, wenn es Zeit ist, dich zu treffen. Du weißt, alles geschieht in der göttlichen Ordnung. Und so bleibe noch ein wenig in dieser Energie und genieße die große Liebe, die allergrößte Liebe aus Gottes Feldern von Smarana. Es ist die einzigartige Liebe, welche deinen Seelenpartner anziehen wird. und wenn die Zeit gut ist und passt, wenn alle Zeichen richtig stehen, dann wirst du ihm begegnen. Die Verbindung wurde erfrischt und erneuert. So ist es. Und nun bedanken wir, die Engel der Liebe, uns bei dir für dein Vertrauen, für deine Liebe und für dein Licht. und wir ziehen uns langsam wieder zurück. Und auch du gehst wieder in deine Räumlichkeiten, in dein Hier und Jetzt bewegst, Hände und Füße und kommst langsam wieder im Hier und Jetzt an. Schön, dass du mitgemacht hast und entweder bei Schritt 1 oder Schritt 2 von den Engeln der Liebe kann sich jetzt bei dir was Neues ergeben und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ob sich was schon anzeigt, ob sich in den nächsten Tagen, ihr könnt auch später noch in den nächsten Tagen schreiben. Ja, vielleicht begegnet ihr ja tatsächlich euren Seelenpartner beim nächsten Mal, wenn ihr unterwegs seid. Dann wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit und freue mich. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Herzensumarmung und ein Küsschen natürlich. Bis bald. Samaraana 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 Samara